Hallo liebe Fans, auch solche Jahre wie 2020 gehen irgendwann zu Ende und deshalb wünsche ich euch jetzt heute aus meiner Fürstenhof Lobby nur das allerbeste für 2021. Ihr seid stark, ihr seid die stärksten Fans der Welt und deshalb ist der Sturm so stark. Also bleibt uns treu und habt ein wunderschönes neues Jahr. Servus euer Alfons.